Mmmh, lecker! Während wir hier Bier saufen, sage ich mal Hallihallo Leute. Ich bin hier auf dem Server von meinem Modpack und möchte ankündigen, dass ich jetzt ein Projekt mache mit YouTubern, das hier auf der Welt oder auch in der Freebuild-Welt ein bisschen anfängt, beginnt. Es ist für YouTuber, die noch nicht so beliebt sind, natürlich dürfen auch beliebte YouTuber mitmachen und es geht einfach um diese RVR-Welt, die wir jetzt hier machen, mit den vier Reichen, später gibt es dann noch mehr Reiche und auch andere Welten und ja, hier könnten wir etwas sehr Schönes erleben in einem großen Projekt, was es genau werden soll und wie wir es machen, das planen wir noch zusammen, da dürft ihr gerne mitmachen, dafür gibt es ein Forum, da könnt ihr euch auch anmelden. Außerdem ist der Server whitelistet und ihr braucht eben das Modpack dafür, das steht alles unten in der Videobeschreibung. und ja, es geht so ein bisschen um den Krieg. Ich habe das Rote Reich hier gegründet. Das Reich ist ein fernöstliches Reich, also Japan, China, Thailand und so und auch ein bisschen orientalisch und ein bisschen Fantasy. Dann gibt es hier zum Beispiel das Blaue Reich, das ist so, also das ist das Land des Feuers, das ist das Land des Wassers. Hier wird der Voidstone so ein bisschen im Vordergrund gesetzt und auch andere, also Wassersteine. Wie ihr seht, es wird auch mit Holz gebaut und auch auf dem Meer. Da hinten ist dann ein Meer. Dieses Blaue Reich ist auch mit Magie bebannt und das Rote Reich ist ja eher so mit Kriegerisch. Dann gibt es das Gelbe Reich, das ist eher barbarisch und hat das Element Erde. In diesem Reich findet ihr Barbaren, findet ihr Wikinger, findet ihr Piraten. Und dieses Reich ist auch kämpfrisch veranlagt. Dann gibt es das Grüne Reich. Im Grüne Reich ist das Element Wind zuständig. Auch die Natur. Hier wird auf die Natur geschaut. Wird auch mit Natur gebaut, also Baumhäuser und so. Und dieses Reich ist das Reich der Defensive. Also es ist eher so ein bisschen auf Schutz ausgelegt und auch ein bisschen auf Magie. Zum Beispiel hier Bäume. Magiebäume. Leaves of Transformation, also zwar Tree of Transformation Baum. Dann hier zum Beispiel Ranken. Und in jedem Reich gibt es einen anderen König. Und ja, der König sagt euch dann, wenn ihr dem Reich zu Dingen beigedrehten habt, was man so machen kann, was man sollte, dass man auch das Reich beschützen kann und so weiter. Ähm, geplante Angriffe und so werden dann besprochen. Jo. Und eben, jedes Reich hat einen König. Und ähm, der König, der kann natürlich gestürzt werden und so, wenn ihr nicht zufrieden seid. Ähm, momentan sind es einfach die Admins des Servers. Das sind hier, ähm, die Ding. Die Könige. Und passen so ein bisschen auf und bauen auch das meiste halt mit dem Kreativ-Mode, damit er einfach ein bisschen vorwärts geht. Und jeder Spieler kann also in diesem Reich bauen, was, ja, was halt passt, aber auch, was er will. Und, ähm, dazu gibt es noch Save-Zonen. Also es gibt Städte und Dörfer, wo gesaved sind. Dort wird nicht Krieg gemacht. Wenn doch, dann ist es eine Straftat. Aber das erzähle ich dann mal später oder in einem anderen Part. Ähm, da eben Leute halt auch wohnen wollen und ihre Schätze drin verstauen wollen und so. Da wir keine Plugins drauf machen können, vorläufig, weil es nicht so ist. Das Ding gibt es ja nicht mehr, Kraftbucket gibt es ja nicht mehr. Und, ähm, Bucket, Forge gibt es auch nicht mehr. Deshalb sind wir momentan halt ein bisschen ohne Plugins. Und da möchte ich auch, dass ihr euch anmeldet, dass ihr euch kurz vorstellt, bewerbt. Und dann dürft ihr auf den Server. Ich whiteliste euch dann. Und, ja, wenn ihr aufnehmt, wir finden es richtig toll. Ähm, ja, also, ähm, jeder darf mitmachen. Jeder, egal, ob er null Abonnenten hat oder noch keine Videos gemacht hat. Ähm, und wir möchten mit diesem Projekt einfach zeigen, dass wir auch so große Projekte machen können mit den großen YouTuber, auch wenn wir noch klein sind. Und, ja, mal die Richtung angeben oder so. Und einfach Spaß haben. Das Wichtigste ist jetzt nicht der Erfolg. Das Wichtigste ist einfach, dass wir zusammen hier, äh, für ein Reich kämpfen können und Spaß haben werden. So, ich beginne bald ein Let's Play mal hier. Werdes dann zum Projekt um, ähm, ähm, also, ja, ummachen, umhändeln. Und, ähm, ich bin offen für Ideen, Neuerungen und so. Dafür haben wir ein Forum. Da dürft ihr das reinschreiben. Ihr müsst euch nicht, also, ihr müsst euch registrieren, aber, ja, die, äh, E-Mail müsst ihr nicht bestätigen oder so. Aber es wäre schön, wenn ihr es bestätigt. Ähm, und es ist ja eigentlich ganz einfach, das Forum, wie alle anderen auch. Und, ja, ich würde, ja, über jeden Vorschlag oder so sichtlich der Freude sein. Ähm, auf diesem Server gibt es noch andere Welten. Also, ich kann viele, äh, Welten machen mit dem Dingmod. mit dem Mistcraft-Mod. Und, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Idee habt, dass wir zum Beispiel im Weltraum kämpfen sollen oder so. Ja, ich kann es machen. Und, eben, in dieser Welt wird nicht gefarmt. Dafür gibt es eine Farmwelt. Das ist auch noch zu sagen. Ähm, und, ja, das Holz und so, also, die Bauzeichen, die Schwerte und so, die könnt ihr eben so machen und dann hier bauen. Farmen in der Farmwelt und bauen hier und Krieg machen hier. Ja, okay. Also, das war es jetzt mal mit diesem Video. Mehr Infos gibt es demnächst. und jeder YouTuber darf sich gerne melden und sich anmelden und Ideen bringen und, ja, alles mögliche. Also, Dankeschön für's Schauen dieses Videos. Tschüss, Leute.